Als wir das erste Mal beim Business Run gestartet sind, waren ungefähr 10.000 Teilnehmer. Heute sind es über 30.000 Teilnehmer. Ich finde einfach den Spirit, der bei dem Business Run innerhalb der Geschäftsleute, innerhalb der Unternehmen weitergetragen wird, ist enorm unterstützend und motivierend, gemeinsam Dinge zu erleben und gemeinsam Gutes zu bewirken im Alltag, wie auch im Privatleben. Also eine wunderbare Ergänzung für die all diejenigen, die laufbegeistert sind und das werden auch bei Otto immer mehr. Bei Otto gibt es zwischenzeitlich mehr als 90 Mitarbeiter. Da ist der Teamgedanke ein Erfolgskonzept, das wir schon über viele Jahre praktizieren und für die Zukunft auch weiterhin vorhaben. Wir sind in mehreren Teams in den mehreren Immobiliensparten tätig und erfreuen uns über Regenzuspruch und ohne Teamgedanken kann man das eigentlich nicht bewältigen. Für mich ist Laufen der ideale Ausgleichssport. Ich laufe drei bis vier Mal in der Woche so zehn bis elf Kilometer und ich finde, das ist neben dem beruflichen Alltag eine besonders gute Möglichkeit, sich zu entspannen, die Gedanken freizubekommen und auf neue Ideen und am nächsten Tag dann wieder die Herausforderungen anzunehmen.